hallo jemand da jemand zu hause am 24 september ist in deutschland bundestagswahl und zu diesem anders habe ich mir gedacht haben wir mal ein gigantisches video ich reagiere heute auf ganze sieben videos genauer gesagt auf sieben wahl videos wahlwerbespots von sieben parteien die sich am 24 september 2017 zur bundestagswahl stellen die wahlwerbespots dieser sieben parteien werde ich heute in diesem video ein bisschen auseinander nehmen und vielleicht auch ein bisschen kritisieren und halt in allem sinne aufdröseln für euch analysieren ich würde mal sagen geht es direkt mal los mit dem ersten werbespot der erste werbespot ist von der cdu die christlich demokratische union angela merke spricht darin zum volk kann man so sagen präsentieren sie in deutschland als ein gutes gesundes und heiles deutschland deutschland geht es gut sagt sie deutschland geht es sehr gut und sie möchte sie betont in dem wahlwerbespot und dass es mit ihr deutschland weiterhin so gut gehen wird und sie möchte deutschland bei der stärke behalten wo es gerade ist in welchem deutschland wirst du einmal leben wird es das deutschland sein das uns am herzen liegt ein land der bildung in dem jeder etwas aus seinem leben machen kann ein deutschland der chancen in dem mehr menschen arbeit haben als je zuvor ein land das sich nicht auf seinen erfolgen ausruht sondern immer neue lösungen für die zukunft findet es liegt in unserer hand wir können uns für dieses deutschland entscheiden für ein land das schon heute dafür sorgt dass es auch morgen gute arbeit gibt das menschen im alter und bei krankheit nicht alleine lässt für ein land in dem wir gemeinsam gegen hass und neid eintreten ein land des zusammenhalts das seine europäischen werte entschlossen verteidigt wir können uns für eine politik entscheiden die familien respektiert und unterstützt für eine wirtschaft die für alle wohlstand schafft für eine heimat in der sich jeder einzelne frei und sicher fühlen kann dein deutschland soll ein land sein in dem wir alle gut und gerne leben für dieses deutschland möchte ich mich auch in zukunft mit ganzer kraft einsetzen dafür bitte ich um ihre unterstützung heldenhaft und heroisch dargestellt und stellt halt deutschland wirklich als gutes deutschland und als prunkvolles deutschland da unter dem motto halt uns geht es gut lass uns das so weitermachen es wird mit bildern gespielt die merkel von ganz nah aufnahmen und von ganz heroischen seiten zeigt und ja generell das ganze video sagt so kommen wir schaffen das gemeinsam das bei zu behalten mit mir bleiben wir stark das video der spd der wahlwerbespot der sozialdemokratischen partei deutschlands präsentiert sich als volksnah und bürgernah und betont darauf gerechtigkeit zu bringen gerechtigkeit ist ein wort was hier ätzliche male wiederholt wird ein wort was hier für das wahlvideo direkt eingenommen wird dieses wort ist scheint das wichtigste wort überhaupt in diesem wahlwerbespot zu sein und ja martin schulz will deutschland gerechter machen im gegenteil zu merkel sieht er deutschland nicht so ganz als gutes schönes und ultimatives land an sondern als land das ja einige verbesserungen braucht manche behaupten ja gerechtigkeit sei heute kein thema mehr wenn dem so wäre warum ist dann eines der ersten dinge die wir unseren kindern beibringen gerecht zu teilen und dass die starken den schwachen helfen sollen warum lehren wir sie keiner ist gleicher als der andere warum sagen wir ihnen alles ist möglich egal ob mädchen oder junge egal wo du her kommst warum bestärken wir unsere kinder in dem glauben dass sie diese welt besser machen können aber gerechtigkeit wird immer ein thema sein denn nur eine gerechte gesellschaft hat eine zukunft ich würde mal sagen ein bisschen hart vielleicht das so zu vergleichen aber im gegensatz zu angina merkels spot also zum cdu werbe spot ist es wirklich ein bisschen mehr natürlicher und ein bisschen mehr menschen näher der fdp werbe spot ist knallig bunt grell und schreiend und ich denke die fdp hat es vielleicht bei dieser wahl auch wirklich nötig mit grellen farben mit schreiender werbung mit anspringender werbung und direkter ansprache zu punkten und so ein bisschen mehr greller und anspringender als die vorigen zwei werbespots manchmal muss dich jemand zwingen neu anzufangen weil du dann neu denken musst du stellst nicht mehr die frage wie haben wir das immer gemacht sondern was müssen wir machen also mal zu überlegen du könntest ein land auf der grünen wiese neu bauen was würdest du anders machen wie bringen wir digitalisierung schneller voran was ist die die richtige wirtschaftspolitik gibt es nicht möglichkeiten sicherheit zu schaffen ohne dass man den menschen ihre freiheit einschränkt die neue idee findet nicht jeder gut eigentlich sogar katastrophal musst du dich fragen ist sie trotz des widerstands richtig dann musst du dafür kämpfen also neu denken heißt ja nicht alles zertrümmern was bestand hatte thema bildung man fragt experten recherchiert es wird gestritten es wird diskutiert irgendwann denkst du jetzt sind wir soweit und dann geht die diskussion aber erst richtig los die abstimmung es gibt eine mehrheit dann kommt der neue punkten zwei programm und dann hoffst du dass die menschen das umsetzen wollen und wenn ja dann fängt die arbeit erst richtig an die spitzenkalender der fdp wirkt damit alles neu zu machen und alles umzuwerfen naja nicht alles umzuwerfen aber neue sachen halt auf einer grünen wiese ein neues land zu erbauen und neu anzufangen ein neustart zu errichten und halt von vorne zu gehen sozusagen und revolutionär neues zu schaffen aus dem boden und mit neuer kraft die welt anzugehen das wahlwerbe video der linken spricht direkt probleme an die es in deutschland gibt in dem video sieht man einige ausschnitte die umrat werden und angezeigt werden das ist schlecht das ist schlecht das passt gerade nicht das muss geändert werden das ist verbesserungswürdig das muss unbedingt angepackt werden das werden wir ändern und spricht halt direkt sachen an die sie arbeiten will und spricht halt direkt darauf an zeigt direkt armut waffenexporte und so weiter und so fort und schaut damit sozusagen direkt drauf und sagt das werden wir ändern auf dem wir haben ist ja du 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 Musik Wir machen, was wir versprechen. Politik mit Rückgrat. Gegen die Macht der Konzerne und Banken. Nicht nur die Autoindustrie braucht einen Neustart. Unser Land braucht einen politischen Neubeginn. Kein weiter so. Ganz gleich, wo Sie wohnen. Ob im Süden, im Osten, im Norden oder im Westen. Gehen Sie wählen. Am 24.09. Die Linke. Der Verbespot der Grünen präsentiert zuerst mal eine Frage. Ist es gut? Ist es richtig? Ist es? Gibt es uns gut? Und stellt quasi irgendwie das erste Video, was wir heute gesehen haben, das Wahlwerbevideo von Angela Merkel, irgendwie in Frage. Geht es uns wirklich gut? Ist das wirklich? Ist alles gut? Ist alles spitze? Und sagt dann im Gegenzug, nein ist nicht gut, nein ist nicht spitze, sondern es gibt die Probleme, diese Probleme, diese Probleme, diese Probleme. Zeigt an fantastischen Bildern, was kaputt geht in der Welt, was kaputt ist in der Welt und was neu aufgebaut werden muss. Und sagt halt dann gemeinsam, finden wir eine Lösung und bauen das wieder auf und schaffen das wie ich mehr Frieden, endlich mehr Integration oder was da noch alles stand, endlich mehr. Wirtschaft gut. Arbeit gut. Alles gut? Nö. Es gibt viel zu tun. Und jetzt? Keine Angst. Wer was ändern will, braucht Mut. Der muss anpacken. Ärmel hoch und dran. Energie muss sauber werden. Nö, nö, nö. Richtig sauber. Gut. 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 Sehr gut. Okay, was noch? Ja, Integration. Gleiche Chancen für alle. Was noch? Gebt endlich Frieden. Ah, schön. Gemeinsam läuft's rund. Und, was noch? Genau, unsere Umwelt. Abgase runter. Temperatur runter. Mundwinkel rauf. Also, Ärmel hoch und ran. Du wirst sehen. Das wird gut. Darum Grün. Hoch und ran. Die Devise von dem Wahlwerbespot der Grünen. Der AfD, der Alternativen für Deutschland, wirkt mit einem Zerbrochenen, mit einem Falschen und Schlechten in Deutschland. Es ist schlecht in Deutschland. Grund auf schlecht. Alles ist den Bach runtergebrannt. Wir müssen uns, unser Deutschland zurückholen, zurückholen. Genauso wirkt die AfD. Ich habe mich einiges in meinem Leben getraut. Mein Job an den Nageln gehängt. Um Politik zu machen. Für die AfD. Ausgerechnet für die. Besorgte Bürger, Patrioten und junge Wilde. Wirklich nicht leicht, hier einen Nenner zu finden. Warum machst du dir überhaupt so viele Gedanken um Deutschland? Ich war 40 Jahre in der CDU. Die illegale Öffnung der Grenzen. Da war mir klar, hier läuft etwas schief. Wenn wir uns jetzt nicht trauen zu sagen, das ist unser Land. Wir bestimmen hier. Dann wird Deutschland von der Landkarte verschwinden. Nicht wahr, Frau Weidel? Ich sage lieber, das rechnet sich nicht. Kein Land der Welt kann jährlich hunderttausende Zuwanderer alimentieren. Entweder hat Frau Merkel einen Goldesel oder sie veruntreut deutsches Steuergeld. Eins von beiden. Frau Merkel hat keinen Goldesel, doch einen Plan. Deshalb hält sie auch ihre Europaagenda geheim. Ich wette mit Ihnen, dass es nach der Wahl einen Schuldenschnitt Griechenlands gibt. Zu Lasten der deutschen Bürger. Nicht mit der AfD. Die Deutschen brauchen eine Partei, die endlich wieder ihre Interessen vertritt. Deutsche Interessen. Nicht rechts, sondern rechtens. Und größer als 15 Prozent. Die Mutbürger sind jetzt gefragt. Holen Sie sich am 24. September Ihr Land wieder zurück. Trau dich, Deutschland. AfD. Die Musik im Hintergrund, schon sofort erkennbar, schüttet auch so ein bisschen die Stimmung. Ja, ein bisschen bedrohlich und ein bisschen angsterfüllend. Deutschland geht bergab und Sachen werden veruntreut. Es geht die, was schief. Es geht so nicht mehr weiter und es muss mit uns etwas gebaut werden. Es muss daran etwas sich ändern und Deutschland neu aufbauen. Deutschland zurückholen. Genau. Deutschland zurückholen. Allein schon das Wort zurückholen am Ende hat eine Wegweisende, eine Wegwerbespot. Und ja, ich würde sagen, es schüttet auch so ein bisschen Angst. Und spricht aber auch das Volk direkt an. Spricht direkt an die Patrioten, die Mutbürger, die was weiß ich noch und so weiter und so fort. Spricht direkt an. Du kannst mit deiner Wahl für uns dein Land zurückholen. Zurückholen. Nicht aufbauen oder gestalten. Zurückholen. Das setzt voraus, dass schon etwas weg ist. Boah. Hallo. Ich bin Nico Semsrott und hier liege ich richtig. Vom Beruf bin ich Demotivationstrainer und deshalb kandidiere ich für die Partei, die Partei. Deutschland wird von einer Gruppe dominiert, die von allen Parteien totgeschwiegen wird. Den Nichtwählern. So sieht der Bundestag momentan aus. Und so mit Nichtwählern. Würden die Nichtwähler im Parlament vertreten sein, hätten sie mehr Abgeordnete als die CDU. Fast 18 Millionen Menschen in Deutschland sind Nichtwähler. Und doch haben sie seit dem Zweiten Weltkrieg jedes Mal den Einzug in den Bundestag verpasst. Ein Skandal. Die Partei ist die einzige Partei, die sich glaubhaft für die Interessen der Nichtwähler einsetzt. Liebe Nichtwähler, wenn es euch egal ist, wer im Bundestag sitzt, wäre es dann nicht schön, von jemandem vertreten zu werden, dem es egal ist, dass er im Bundestag sitzt? Je mehr Nichtwähler für die Partei stimmen, desto höher ist die Wahlbeteiligung und desto wahrscheinlicher ist es, dass AfD und FDP den Einzug in den Bundestag verpassen. Mit ein bisschen Glück sogar die SPD. Falls wir dieses Ziel nicht erreichen sollten, trete ich zurück. Selbst wenn ich dafür aufstehen muss. Ich hatte auch überlegt, noch eine Bewegung zu gründen, aber ich bin gegen Bewegung. Das waren jetzt die Wahlwerbespots von den sieben Parteien, die ich zusammengetragen habe. Es sind nur sieben von 42, das heißt es gibt noch, ich kann nicht zählen, Parteien, die ich hier nicht vorgestellt habe, deren Videos auch hier nicht reakteter wurden. Auch viele Parteien, die man eventuell nicht im Auge hat, deren Wahlwerbespots vielleicht auch ganz gut sind und auch ganz achtenswert sind und eventuell auch in die Frage kämen für eine Wahl. 24.9. ist Bundestagswahl in Deutschland. Wer wählen darf, geht wählen. Ja, ansonsten, will euch, ihr geht nicht wählen, dann komme ich bei euch zu Hause vorbei und ja, was und ja, ähm, geht wählen.